hallo und herzlich willkommen heute geht es weiter mit der k 28 005 dem fünften haus aus der keyplay serie 3 city corner die anleitung hat wie alle anderen anleitung auch keine bauschnitts auftrennung aber wir haben die baum die teile die vorher gebaut wurden aus etwas ausgeblichener und die teile die jetzt gebaut werden in vollfarbe rückseite der anleitung zeigt leider nichts aber das set zeigt eine menge denn das ist ein mojito laden und das erkennt man vielleicht schon oben am getränk mit den beiden zitrus früchten drauf ich gehe mal wieder ein bisschen ran dann seht ihr hier beide zitrus früchte sind bedruckt ja um wunderbar gemacht das getränk mit diesem leicht grün drin und dem durchschimmernden finde ich sehr sehr cool dann haben wir von die fassade ja die ist leicht pink artig aber auch hier wieder alles bedruckt alles besät bedruckt also wir haben hier party cocktail da haben wir an der seite noch so ein schild wir haben hier vorne eine ganze menge bedruckte sachen wir haben da ein hier haben wir ein rundes schild auf der einen seite mit einem cocktail drin wir haben unten ein keyplay logo mit einem bier wir music bar stehen und wir haben hier an der seite noch ein taxi schild wenn man es braucht das ganze gebäude ich in diesem hellblau pink gehalten das sieht man auch auf der rückseite ihr habt es ja schon erahnt das hier ist das eckgebäude das heißt da ist drin nicht ganz so viel möglich aber es reicht wir haben oben quasi ein herz ein paar stühle und ein paar getränke und gläser stehen und unten ähnlich wir haben einen ja es ist glaube ich eine lava lampe sollte es darstellen und ein getränke becher und das ist doch eigentlich schon ganz schick so wie in den anderen serien stelle ich euch jetzt natürlich auch noch alle häuser der serie 3 einmal nebeneinander damit ihr das ganze natürlich ein bisschen besser miteinander vergleichen und anschauen könnt kleinen moment ich arbeite dran bin gleich soweit so das sind alle häuser der serie 3 ich finde sie alle sehr gelungen sie sind alle sehr sehr schick auch hier kein problem mit irgendwelchen teilen alle teile vorhanden viele teile doppelt ich habe es glaube ich jetzt die letzten mal nicht gezeigt weil ich es immer gezeigt habe ich zeige es hier nochmal das ist die tüte die aus allen vier serien also allen 20 häusern übrig geblieben ist es ist eine menge es sind manche sachen auch große sachen übrig geblieben gerade hier sind einige sachen hier zum beispiel ist ein zaun teil übrig geblieben was hier oben bei dem sandwich laden genommen wird um das ganze zu umzäunen also solche teile waren zu viel aber nichts zu wenig und das finde ich sehr sehr gut denn es hätte mich sonst geärgert wenn was fehlen würde aber hier wunderschöne häuser reihe ich stelle mal dahinter man sieht es da noch so ein bisschen hier ist noch ein haus aus serie 2 und serie 1 meine lieblingshäuser stelle ich mal neben hinter mein lieblingshaus aus serie 3 das ist nämlich hier der sushi laden und da wir jetzt alle häuser aus serie 3 zusammen euch vor oder ich euch vorgestellt habe schreibt doch mal in die kommentare welche eurer lieblingsladen war und warum ist der sushi laden schreibt runter was ihr was euer lieblingsladen ist und ich bin gespannt auf eure kommentare ich hoffe es hat euch gefallen und in der nächsten woche geht es überraschenderweise mit serie 4 weiter denn das ist die letzte serie und da habe ich ein bisschen zu erzählen da gibt es nämlich ein paar kleine neuerungen und aber auch ein paar schwächen aber dazu dann nächst ab nächste woche mehr bis dahin macht es gut